So Leute, tja, Schnee ist fast weg, obwohl, ich habe ja schon mal ein Video gemacht und jetzt, der ist einfach immer noch da, ich verstehe es nicht. Ich dachte, der schmilzt, weil die haben eigentlich gesagt, das soll jetzt dann bald weg sein. Na gut, hier ist es schon weg, aber da ist er immer noch. Aber gut, wenigstens ist es nicht mehr so krass viel wie vorher.